Hallo und herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu diesem Video. Hallo, so wadeka! Die Leute, die sich hier auskennen, die sehen, wo wir heute sind. Das ist der Terminal 21 hier, vor uns der Dolphin-Kreise und wir sind auf dem direkten Weg nach Pattaya-Naglur. Wir haben uns heute einen ruhigen Ort ausgesucht, dann fiel die Wahl auf Pattaya-Naglur. Wir haben aber auch wunderschönes Wetter hier, so dass sich der Ausblick von da oben Richtung Pattaya lohnt. Bleib dran! Über die Straße, genau, todesmutig, aber relativ wenig los hier heute. Ja, um die Mittagszeit, ne? Ja. Freundliche 35 Grad im Schatten, leicht bewölkt, weil einige Zuschauer hatten ja mal nach dem Wetterbericht gefragt. Ihr seht, blauer Himmel. Die Nacht über war ein bisschen viel Gewitter gewesen, deswegen ist die Luft auch sehr, sehr sauber. Sehr warm und keine Luft. Genau, wenig Wind, aber sehr schön halt zum Aufnehmen, weil es gibt dann gute Bilder. Wir sind, ja zumindest so die Planung, hier mal auf dem Weg Richtung La Clua Road hoch, ne? Deutsches Eck, kennen auch die ganzen Zuschauer schon. Und dann schauen wir uns mal, wie das hier aussieht. Wir hatten heute am Montag relativ wenig Verkehr, wenig Leute unterwegs und wir hatten auch extra gesagt, wir gehen mal hierher in diese Richtung, weil momentan sollte man so große Menschenansammlungen mal lieber vermeiden. Ihr wisst warum, müssen wir euch nicht erklären. Das ist nicht die Angst, nur wenn wir hier angekommen sind, sind wir schon fünfmal ungefähr so auf Temperatur getestet worden. Vielleicht können wir das auch mal im Video mit einblenden in Zukunft. Körpertemperatur Mode 36,4. Ich bin bei 36,3. Also alles im grünen Bereich. Wir dürfen uns hier frei bewegen. Ja, im Moment so ein bisschen an jeder Straßenecke hätte ich beinahe gesagt. Irgendwo ein Testgerät, wo du erstmal gepiepst werden musst, damit du auch weiterkommen kannst. Naja, hier ist es ein bisschen ruhiger, auch sehr wenig Leute auf der Straße, sehr wenig Leute unterwegs. Wirklich schlimm. Ja, es ist jetzt die Mittagszeit. Es wird vielleicht gegen Abend ein paar mehr Leute haben. Restaurants, wie ihr seht, noch geöffnet. Ja. Was uns natürlich erwartet, dass die entsprechenden Locations weiter oben die Straße geschlossen haben. Das ist sehr klar zu der Zeit. Also können wir uns auch mal hier in Ruhe erstmal diese Ecke anschauen und werden dann links in die Straße reingehen. Ja. Nein, es ist rechts. Wenn ich sage links, dann musst du rechts. Ach so, okay. Also, es ist die Straße auf der rechten Seite, die wir jetzt gleich reingehen. Die kennen natürlich auch viele unserer Zuschauer. Was uns natürlich auch ein bisschen zu dem Video Titel bewogen hat. Ihr werdet es gleich sehen, wir haben einen ziemlichen Schreck bekommen. Wir können es euch gleich mal zeigen, was wir meinen. Alle noch so, ne? Ja, hier ist die ganzen Restaurants, die ganzen Hotels, sind aber in Betrieb. Es wird weiter gebaut, es wird weiter gearbeitet, fleißig. Da passiert nicht viel. Wo aber aus unserer Sicht, was passiert ist? Hier. Oh. Ja, das war auch meine erste Reaktion gewesen. Ja. Also, das ist diese bekannte Straße. Ja. Und es ist ganz komisch. Wir haben das erstmal gesehen. Wir waren doch hier schon öfter gewesen. Wir haben doch hier schon Videos gemacht. Warum sind denn plötzlich überall die Häuser eingerissen hier? Ja. Und der Neubau? Oder wie alle losmachen? Ja, wir haben dann versucht, noch mal im Internet irgendwelche Informationen zu finden, warum hier plötzlich alles, ja, abgerissen wird. Haben aber nichts gefunden. Soll zwar ein neues Parkhaus gebaut werden, aber das ist viel weiter oben Richtung Fischmarkt. Das ist nicht hier. Also, wenn einer von den Zuschauern Informationen hat, wenn er irgendwas weiß, schreibt es uns doch bitte mal unten in die Kommentare rein, damit auch die anderen Zuschauer und wir verstehen, was hier los ist. Weil die ganze Straße komplett, ja fast entkernt von den Häusern, über die Frontseiten rausgerissen, die ganzen Einrichtungen sind alle weg. Das hatten wir bisher noch nicht gesehen gehabt. Ja, das ist toll. Da war da, wenn wir Video gemacht, auch geht noch was. Ja, also da war noch ein paar Geschäfte offen gewesen. Wenn die jetzt nur zugesperrt gewesen sind, das hätten wir ja erwartet, aber dass die komplett abgerissen teilweise schon sind, das hat uns dann doch ein bisschen verwundert. Hier im vorderen Teil sind die ja noch vorhanden. Auch eure Bar, die ihr kennt auf der linken Seite, auch die Bar auf der rechten Seite war noch da. Allerdings, tja, komischerweise haben die auch angefangen auszuräumen. Absolut. Genau. Ob das jetzt nur so ein Aufräumen war oder ob das ein Ausräumen war, das können wir nicht verifizieren. Aber natürlich müssen wir jetzt, und das halt alle geschlossen haben, das ist ganz klar. Und hier sitzt niemand, hier ist alles verrammelt. Und wenn wir jetzt ein bisschen die Straße weiter hochlaufen, sieht es auch nicht viel freundlicher aus. Ja. Irgendwie kommt mir das alles langsam so ein bisschen vor wie so ein Abrissgebiet. Also vielleicht wird da komplett irgendwas neu gemacht, dass sich überhaupt keiner mehr traut, da was aufzubauen. Vielleicht hängt es auch mit dem Tower hier zusammen, dass die vielleicht das Nachbargrundstück noch haben möchten und da vielleicht ein Swimmingpool bauen oder einen Sportplatz bauen oder weiß, da gucken, was auch immer da passieren soll. Ja. Das ist schade. Ja. Diese ganze Ecke wirklich nur noch Baustelle. Nur noch, ja, einziges Gemache dort. Ruhe hat man da wahrscheinlich Tag und Nacht nicht, weil die werden ja ständig arbeiten. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen besser, doch auf der anderen Straßenseite. Da hast du halt noch ein paar Geschäfte, die geöffnet sind. Sind ja auch in der Regel halt Restaurants und so weiter. Die müssen ja auch nicht zumachen. Ja, aber bei Straße alle noch, wie auch Mühen, arbeiten. Ja, es könnte gut sein, dass hier wieder die Kabel von oben nach unten verlegt werden, weil das ist nur ein Stückchen aufgerissen vom Fußweg. Und es könnte gut sein, dass die Arbeiter dort jetzt Kabel von oben runternehmen und ins Erdreich reintun. Wäre ja auch eine sinnvolle Geschichte, die man ja schon immer angehen wollte hier. Das kann man aber auch nur spekulieren. Wir wissen es nicht ganz genau. Hier auf der Seite natürlich das alles geschlossen. Ja. Das war aber vorher auch schon relativ. Neu. Neu machen, ne? Ja. Ja. Jetzt mussten wir halt wieder mal zumachen, das ist klar. Ja. Und vielleicht lohnt sich das auch gar nicht mehr aufzumachen, weil der Schreck von der anderen Straße steckte uns noch so ziemlich in den Knochen, weil wir gar nicht gewusst haben, ja, warum reißt man dort hinten alles weg, ja. Aber die müssen alle bis Ende Monat. Ja, aber das bedeutet nicht, dass ich mir die Einrichtungen rausreiße und die Fronttüren rausreiße und die Häuser entkerne. Also das zumachen könnte man auch mit einer Tür, mit einem Stahlblech oder mit einem Gitter machen. Dazu muss ich das Haus nicht komplett niederreißen. Es ist ja, denn ich bin so frustriert und sage, okay, es wird hier sowieso nichts mehr. Nehm mir den großen Vorschlaghammer und lege alles in Schutt und Asche. Aber das glaube ich irgendwie. Das war schon ein bisschen geschockt, ja. Ja. Ja, hier hinten weiter. Vielleicht kennt der ein oder andere auch dieses Hotel. Auch noch im Betrieb. Also nicht geschlossen. Aber halt sehr wenig Besucher wahrscheinlich. Hier werden auch die thailändischen Touristen nicht herkommen. Das ist dann schon wieder zu weit weg. Warm. Ja, warm ist es heute sowieso. Aber das hilft nichts. Wir haben ja eigentlich vor, noch ein Stückchen hochzulaufen, die Straße bis zum Beach runter. Ja. Hatten dann aber gemerkt, dass es viele interessante Sachen gibt. Bisschen noch was anzuhauen, oder? Genau so ist das. Und sonst wird das Video so lang, weil der Beach ist schön. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir mal ein Zweiteiler daraus werden. Den Beach gibt es dann die nächsten Tage. Ja. Wenn die Leute noch ein bisschen neugierig sein und gespannt, was noch kommen wird. Also hier die berühmte Straße Nummer 18. Ganz klar. Braucht man. Kriegt man immer. Kommt dann nicht woanders runter so richtig. Es ist ja dann, man läuft halt noch extrem weit runter. Aber für uns ist immer hier so der günstige Zugang zu dem Wongamart Beach. Wongamart Beach. Ja. Genau. Und dann kommt man hier runter und das ist relativ entspannt dann. Auch hier natürlich sehr ruhig auf den Straßen. Wenig Verkehr. Wenig Leute zu sehen. Links und rechts ein bisschen ja geöffnet sieht es noch aus. Wenn das halt Restaurants sind. Von Essen. Genau. Wenn es reine Location sind, dann sind die natürlich geschlossen. Das ist ganz klar. Oder wenn man halt diese ja diesen kleinen Trick anwendet. Okay, jetzt mache ich nicht mehr Bier ausschenken und so weiter und tanzen, sondern ich verkaufe jetzt Essen. Dann kann man ja auch noch aufmachen. Ob es im Moment viel bringt, sei mal dahingestellt. Hier drüben auch. Alle geschlossen. Ob das jetzt nur zu der Zeit war. Oder ob die abends auch machen. Haben wir nicht gesehen. Stand nur im Zettel dran. Wenn man ein Zimmer mieten möchte, soll man dort und dort anrufen. Aber Öffnungszeichen haben wir leider nicht gefunden. Ja. Also marschieren wir weiter Richtung Beach runter. Sehen schon die Werbung vom neuen Glashaus. Ja. Das wäre doch auch mal was, wo wir uns hinsetzen könnten zum Essen. Weil Glashaus ist. Kann man nicht viel falsch machen. Ja. Jetzt hier immer weiter runter die Straße. Wir hatten das ja auch schon mal vor ein paar Wochen und so weiter aufgenommen gehabt. Da sah das hier aber auch noch nicht ganz so trostlos aus. Hier sieht man es halt. Es wird einfach im Moment nicht wirklich besser, ne? Keine Leute laufen in der Straße. Auto. Motorbike. Ja. Das meiste, was du im Moment auf der Straße siehst, sind sowieso nur Essenslieferanten. Ja. Die siehst du alle zwei, drei Minuten. Dann natürlich die Badbusse und die ganzen Moped-Taxe. Die fahren auch noch. Aber ansonsten sind die Straßen relativ ruhig. Man sieht es ja auch hier wieder. Sehr wenig. Kaum Leute unterwegs. Und dann machen wir uns einfach weiter. Gerade wegs runter. Mit so Beach. Gleich haben wir es geschafft. Ja. Hier noch die paar, ja, Kontos, die auch noch in Betrieb sind. Und weiter gehts. Immer Richtung Beach runter. SUPER natural. . . . . dann hatten wir uns doch entschlossen doch nicht zum beach runter zu laufen sondern diese straße sah hier noch irgendwie spannend aus wir stehen noch viele große kontos haben wir gesagt jetzt gehen wir hier lang das haben wir noch nicht gesehen an der seite ja das ist ja das was wir immer gerne machen auch ein paar neue ecken uns aussuchen auch ein paar neue stellen suchen lassen es doch mal da schauen wie es so aussieht muss ja nicht immer so direkte weg sein und hier kann man natürlich auch gut laufen die straße ist ja ein bisschen breiter und bei wenig verkehr nicht gefährlich und vielleicht kennt auch der ein oder andere zuschauer diese ecke wer hat er hier mal gewohnt weil sie sind ja auch riesige anlagen dass die hier waren ja also hier siehst du die beschriftung immer an denen an den häusern in englisch russisch teilweise sogar in deutsch so wenn du jetzt im anderen stadtteil des ihren chinesisch anfang geschrieben siehst hier siehst du halt in den vielen sprachen und dann kann man hier wunderbar spazieren gehen ist ja nicht weiter schlimm ist ja nur 35 grad in diesem besonderen schönen gang die lang ja das muss sein wollen auch ein bisschen was noch sehen hier mir egal danach ich hab essen ja auch was essen gibt es erst im nächsten video pech gehabt heute gibt es überhaupt kein essen heute geht es nur hier lang ja weil auch diese diese ganzen anlagen die hier gebaut sind muss man sich ja mal anschauen ob die noch im betrieb sind ob es die noch wirklich gibt guck mal das ist ja alles für tausende von touristen ausgelegt gewesen oder tausende von mietern je nachdem welchen zweck so ein konto hier erfüllt relativ ruhig auch wenn das wirklich mal alles gelegt wäre ich glaube dann sind die leute wieder richtig unterwegs richtig große und richtig schön das ist schade ja ich glaube dass das hier keine billige anlage ist wenn du da wohnen möchtest ich kann es aber nicht bestätigen ich habe auch nichts gefunden wo man sagen könnte was kosten da die hotels was kosten da die kondos das ist ja auch ihr kennt das ja von thailand dass solche sachen im internet nicht unbedingt sauber veröffentlicht werden da muss man wieder jemanden kennen da muss man ja also ich tippe mal dass ein paar zuschauer vielleicht sogar dort wohnen und dann könnt ihr uns in die kommentare reinschreiben wenn es dann interessant für andere zuschauer sein sollte wie das dann mit der kosten wie es mit den möglichkeiten überhaupt was zu mieten ist es gibt ja auch ein paar kondos da kann es überhaupt nichts mieten weil das alles nur reigentum ist und so weiter ruhig und schön nackt weht ja das ist das schöne hier kann man in ruhe arbeiten ja keine leute die einen rum quatschen ja keiner der schon wieder deine temperatur messen möchte hat schon gemerkt heute du bisschen genießen bei bei sonne ja das ist schön heute wenn du mal wenn du hier so in der stadt unterwegs sind überall sind die leute drei meter die aus dem weg wo du überhaupt nichts getan hast überall wird hier gemessen und gemacht und getan es gibt überall nur ein thema hier hinten ist es doch viel viel ruhiger und kannst du dir alte häuser anschauen da kannst du dir schöne also gärten anschauen was die leute angelegt haben interessiert mich immer ja hab schon gemerkt dann lieber sie den tag gehen oder besser denn deine lau besser ja wenn ich nicht unbedingt da menschenmassen rumwuseln muss im moment dann bin ich glücklich dann bin ich zufrieden das macht mir spaß dann haben wir zeit mein gott ist es montag mittag da passiert noch nicht viel so die woche wird noch lang genug werden genauso ist das also machen wir die zeit auch nutzen und wenn es bei mir heißt work from home man muss ja auch ein bisschen was ausnutzen wir können nicht work from home wenn mein chef sagt work from home dann ist ja auch mein home das war nur ein bisschen vorsichtig sein funktioniert dann alles schon so jetzt einer der schönsten blicke die man eigentlich haben kann hier von diesem beach ihr werdet gleich sehen wenn die kamera das richtig abpasst und hier sagen wir stopp hier sagen wir danke fürs zuschauen und alles was hier hinterher passiert seht ihr im nächsten video bis dahin bleibt neugierig danke tschüss tschüss